was geht es ich gehe jetzt gleich ins gym ja und danach ein youtuber kommt ich sag nicht mehr aber er kommt ja ich gehe jetzt warum so ein spiel so dreckig ich gehe jetzt so ins jungs das erste mal seit lange mal wieder ich werde jetzt duschen gehen warte ich zeige ich meine dusche da werde ich gleich nackt sein dann esse ich und dann gehe ich abholen mit dem auto in jungs überhaupt hier ich schmeiße ich weg du bist wissen meine mutter hat gesagt es wäre noch was davon gestern und wir gucken jetzt ob das stimmt mutter gefragt nächste ich mache mir schnitzel und kartoffeln also jungs ich werde jetzt abholen mit dem auto alleine ich bin da jungs und dahinten da hinten steht vetor und er hat mich nicht gesehen wer sind sie was wollen sie von mir warum filmt sie mich ey was soll das was soll das okay was machen wir jetzt du weißt nicht wo wir jetzt hinfahren oder nein du entführst mich jetzt ich fahre mit dir an einen ort jetzt und du weißt nicht wohin du weißt nicht wo wir hingehen jetzt nein das weiß ich immer noch nicht wir gehen in den rewe also ob in den rewe krass holy shit ich bin zehn stunden nach luxemburg gefahren für den rewe crazy weißt du was wir da suchen ich weiß nicht ob es das gibt nein was denn eine pulle vita welt also das links oder so wir haben wieder weg gefunden aber ich gehe jetzt fragen ob es wieder weg gibt weil er so ein bisschen dumm das muss doch vorgeschnitten sein ich habe das jetzt so ich gehe jetzt fragen entschuldigung haben sie hier vita welt haben sie nicht so ich zeige jetzt meine alte schule aber ich kann euch nicht viel zeigen weil ich einen fetten schwanz habe dreht sich aber das ist kaputt auf jeden fall bin ich hier ich habe es so angedreht und dann runtergefallen ja vor mir wir haben so zusammen angedreht also ihr saßt so nebeneinander nein 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 also da saßen leute alle da drauf und wir haben so angeschoben achso ihr habt beide angeschoben ja und ich oder ich weiß nicht wie das gelaufen ist auf jeden fall bin ich irgendwie gestolpert und dann halt direkt aufstehen und dann das war wie alle wirklich und was hast du denn angefasst wie fühlt es euch an wieder in der schule zu sein so scheiße ich habe es so trauma wir machen das fenster auf da ist ein junger und ich frage ob er wichtiger kennt äh spielst du minecraft? spielst du minecraft? nein? ja dann ist es ok das war so scheiße viel Spaß gemacht ich bin zuge und ich bin veto und wir testen heute vita welt himbeere Zitrone Wassermelone und Pfirsich das war nicht abgesprochen das war geil 3 1 geht eigentlich voll oder? ich bin richtig enttäuscht gerade ja war ich auch am Anfang weil das ist halt Wasser und es schmeckt halt so leicht nur so das riecht überkrank aber schmecken tut es fast gar nicht aber dazu muss man sagen es ist ein vitaminwasser ohne zucker deswegen aber es riecht überkrank und dann wird man so enttäuscht Wassermelone boah das riecht wie dieser fivegum das schmeckt auch wie fivegum das schmeckt auch wie fivegum ja ich finde soß also nix gegen die also nix gegen ehdi doch ich hasse die ja Pfirsich ist ja geil ne ich finde das ist bisher das bestes der schmeckt nach Karton Quatsch lass jetzt nochmal alles zusammen nixen was ist denn große hä das ist das schmeckt noch hä das schmeckt ja alles sogar Kinder man wusste jedes Ding ja du hückehaft ja fertig wehto wir bleiben grad stehen einfach random du fragst dich warum ja warum bleiben wir random stehen weißt du wo du heute schläfst nein sag es mir du musst challenges bestreiten und je beschissener du bist desto beschissener wird dein Schlafplatz ok was ist die erste challenge die beschissenste stufe ist Garten ich sehe das mein Zimmer ich habe es nicht aufgeräumt ich sehe es zum ersten mal ok komm rein komm rein ich würde da noch wieder gehen ey das sieht halt genauso aus wie heute im stream nur halt noch schlimmer so low schuld das sieht halt echt schlimm aus hä warum denn ne ich weiß nicht wir müssen nur ein bisschen rum zeigen also hier was soll ich denn hier zeigen dann zeig mal wie du hochhältst ja warte mal ganz kurz weg schon ne ok warte 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 oha ok warte warte das war scheiße wir machen hochhalten ok wenn du 10 mal hochhältst bist du Level 1 wenn du 15 mal hochhältst bist du Level 2 ja wenn du 20 mal hochhältst bist du Level 3 3 ist das beste also besser ja 3 ist das beste du musst mindestens 10 schaffen wenn du nicht 10 schaffst bist du im Garten du hast einen einzigen Trial ok weil ich so gütig bin ich gebe dir noch einen einzigen Trial nein das ist scheiße nein das ist scheiße du musst du musst ok der letzte Trial ok nein ok 20 ok wenn ich jetzt 10 schaffe musst du auch im Garten schlafen ne oh mein Gott das war knapp ok wenn du jetzt unter 15 schaffst oder keine 15 schaffst dann musst du auch 1000 schlafen ok ok ey das zählt mich und geht weiter was für geht weiter ja dann ist das der zweite nein das war der erste ich habe jetzt eine geile Challenge pass auf wir holen uns jetzt gegenseitig einen runter und wer zuerst kommt der muss drinnen wir gehen dann ins Casino wir haben beide 5 Euro und wer aus einem Spin mehr Geld holt der darf uns schlafen ja ok so Jungs ich bin jetzt schick angezogen weil wir gehen im Casino und ich will overdressed sein und ich zeig mich jetzt Veto und wir filmen seine Reaktion kannst du mal was sagen? wie schützt du dich? äh no joke willst du uns Casino jetzt? ja ok wir werden selbst rausgeschmissen sieht gut aus ja ok wie gesagt es ist alles nur ein Experiment bitte nicht canceln ok also ich werde als erstes für den 10er reingehen der ist so süchtig das funktioniert nicht das funktioniert nicht das funktioniert nicht das funktioniert nicht das war's ja gg das war's abfahrt du hast gewonnen ich muss draußen schlafen oh 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 was haben wir gewonnen? 50 das war's das war's das war's das war's das war's